Wo ist die? Muss man sie mit der Auflösung? Kannst du nachher noch mal gucken? 0,1 Grad bei 84% Luftfeuchtigkeit und leichte Luftbewegung aus West-Siebwest, nein mehr nach West, West, ja aus West-Siebwest, ja aus West-Siebwest. Ja, aber so sieht das neben aus, das ist ganz scheiße, hier oben dieser Prozessor einhalten und dann die Spuren, ja, die großen Seiten, dann hier, und das habe ich ein bisschen umgebaut, da oben ist jetzt also eine andere Buchse dran, weil da muss von hier was zu klein ist stehen, das ist schon aggressiv genug, das ist also jetzt hier. Das ist wunderbar zu sehen, das war ja vor einigen Tagen schon mal, und gestern war sie zu sehen und heute ist sie wunderbar zu sehen, wurde ich von sehr darauf hetzen, dass er die Kamera dabei hinstellt. Aber der hat Besuch gekriegt und hat natürlich anderen vor, dass die Kamera dahin zu drehen, wo man vielleicht mit der Auflösung nicht... Ich nehme es gerade live auf mit dem Geräusch, wir haben es gerade auf, wir haben es gerade auf, wir haben es gerade auf, wir nehmen es gerade auf. Das ist wunderbar drauf hier. Ja. 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 Ja, das habe ich auch gehört, ich weiß nicht, ob der Günther noch da war, es hört sich teilweise so an, aber es geht an mir ein bisschen runter. Ja, das ist korrekt. Die J3FG, guten Tag. Ja. 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 Wir haben hier vorhin ein bisschen rumgeschnattert durch fünf Minuten vor der Zeit, der anlöse sich per CW und dann denke ich, ich musste darauf antworten und habe irgendwann gedacht, dass ich die Taste noch auf Contest-Bezüge stehen hatte. Ich habe am Anfang der CWBGX Contest nicht mitgemacht, aber ich habe abgestaubt. Ich habe immer so irgendwie 90 Kurs rausgefahren und über China, Vietnam, Indien, afrikanische Rauch, in Amerika, hier hoch bis in die Karibik, war alles vertreten. Das war alles mit 10 Meter, aber das war offensichtlich ein Schollmotor. Es ging also eh so mal 3,6 Meter. Zur Zeit, also für die Sternengucker ganz ideal. Das war ja, das ist jetzt richtig gut. Ich konnte sich alles soweit aufnehmen. Schön großartig für den Ausstattung hier. Und ja, bei uns hier waren Freunde auch jetzt schön frottig. Ich war ein bisschen viermal, aber da haben wir uns unterwegs waren. Also ich habe es lange nicht ausgeheilt. Ich bin ja gleich bereit. Ja, da ist kurz ein kurzer Auslauf. Aber das war kurz mal zu nebenbei. Ich weiß nicht, was kannst du sogar von dem Bildschirm sehen? Ach ja. Das ist die Venus jetzt. Live. Geht es jetzt ohne? Ich habe es mal ganz kurz aufgemacht wegen der Kirche. Das sind glaube ich etwa tausendfach Zoom oder was im Moment. Aber es flimmert, die Atmosphäre flimmert. Richtig schön. Aber besser als nichts, ne? Ja. Wir haben also jetzt hier als Erinnerung die Venus live dabei. Mit eurer Runde. Äh, ja, es ist ganz klar. Es ist so klar. Ja, es hinten hat auch das falsche Gehör an. Jetzt habe ich wieder das normale Funk gehören. Und dann höre ich natürlich auch richtig. Und du sollst sicher beim Verteiler auch mal hier die Runde sprechen wollen und nach dem Bildschirm. Ich bin mir nicht klar an. War das aufgrund meiner Rede davon? Oder wusstest du das sowieso? Das kannst du nachher auch mal sagen. Ja, und äh... Alter, Walter, du wartest ja wieder fleißig hier. Ich war, naja, faul war ich auch nicht, aber ich hab mich eben anders beschäftigt. Und, äh, wir wandern nach unten weg jetzt. Aber wir haben einen idealen Zeitpunkt hier, die Runde, das passt. Perfekt passt das. Wir haben hier ein paar Schellare, die Runde da, und, äh, Johann, das mit den Listern ist auch so, wenn du hier mit der BA anhaben, da ist auch so, weil das auch noch ein bisschen Restlöschen angeboten ist. Die Lister müssen da auch noch mehr Lister, da würde ich damals da gelassen werden, und ich hab mich dann noch nicht mehr, und da bräuchte ich schon auch viel, da macht mir so ein Nutzfall ein. Und hier sind die Frau, die hier auch nicht bei diesem Jahr vorliegen. So, die Weiber, die Kaffee, die Bedeckung, der Kaffee, die 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 Das müssen Sie nachgucken. Ich weiß es momentan gar nicht. Das müssen Sie nachgucken. 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 ... 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 Das waren alles drei Rufzeichen, die hier anlässlich der Fußball-WM kreiert wurden. Und das sind hier die beiden anderen Rufzeichen. Das sind also die Nachbarhoffraus, nicht? Hier von uns, nicht? Und wir haben hier bei uns im Rufbau eben DL0FCK, bitte schön. Feinkalheim in Braunschweig. So, damit es nicht mehr lohnt, sobald es nicht mehr hat, ich habe es hier nicht aufgenommen. Machen wir mal um.